Ich merke Leute, falls ich... falls ich irgendwann mal hier... Anfang an, ja. Oder? Oder doch, oder? Hi Luna, wie geht's? Nishi! Wer ist Marius? Luna, ich grüße dich, du Moin! Doch! Hallo, Janu! Marius? Ja Leute, das Konzert war crazy, wir kennen uns! Stefan! Stefan, danke! Warte mal, Marius? Ich glaub, ich kenn keinen Marius! Oh! Pamela! Nein, ich stopp's nicht, du bist da! Bitte bleiben! Wann treffen wir uns? Ach Leute, Pamela ist die witzigste Person, die ich kenne. Ich mein's ernst! Ist dein TikTok-Idol! Leute, das war unangenehm! Aber Leute, wer ist jetzt Marius? Das freige ich mich gerade. Äh, naja. Hier war's in Mexiko. Ein Traum! Wir müssen uns nochmal treffen! Alter, wir haben uns... wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ja, seit der Party. Und das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her. Leute, Mexiko war ein Traum. Erstmal, die Leute sind so nett. Das finde ich einfach... ja, einfach nett. Und das war toll. Habla! Ich de merke, somebody will be like the best. Pamela, warst du im Urlaub? Bleibt Studium, was geht? Was geht bei dir ab? Was geht bei dir ab? Abla! Hä? Hallo? Wir müssen wieder in Lostaria... Ja, ich liebe Lostaria! Dann frühestens klappt das im November. Leute, wir haben so eine Gruppe, aber irgendwie schaffen wir es nie, uns zu treffen. Und irgendwie meine Haare nerven gerade doll. Da ist irgendwie kein... Ich mache da jetzt Trockenstein dabei. Ich krieg keine Luft! Oh Leute, das riecht so gut! Ich krieg eine Empfehlung! Kannst du einen Kopfstein machen für mich? Kein Problem! Immer gerne! Jetzt hier! Auf dem Tisch! Kann ich nicht! Seht ihr mal was? Was schmeckt jetzt danach? Ich hoffe nicht! Ja Leute, was soll ich euch erzählen? Mäuse! Was wollt ihr wissen? Äh... Äh... I have... Oder? Ist das Spanisch? Ja, oder? Ja... 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 Wohin gehst du? Wie sag ich jetzt, dass ich zu Hause bleibe? Hallo? Hallo, ich bin Christian! Hi! Leute, wenn jemand schreibt, dass er Christian heißt... Loki habe ich Angst! Ich komm aus Köln! Und du? Freundschaft mit... Ein kostenloses Paar Nägeln! I need it! Aber Hamburg ist soweit! Und du? Freundschaft mit... Ein kostenloses Paar Nägeln! I need it! Aber Hamburg ist soweit! Ich auch! Du hast auch Angst! Das... Er hat auch Angst! Und du? Ach! Äh... Ich bin 20! Leute, mein Vater könnte jetzt Loki oder ist 38! Ich komme aus Kreisköln! Leute! Darf ich fragen, wie viel du willst? Leute, über Gewicht spricht man nicht! Also ich habe damit kein Problem, aber... Ich will nicht, dass irgendwer sich irgendwie vergleicht! Ob positiv oder negativ! Erzgebirge, einfach 6 Stunden bis Kölnö, tut weh! Gute Nacht! Leute, ist das mein verschollener Vater? Danke! Danke! Oh mein Gott! Da gab mir die Krone! Ich merke, das war er jetzt! Ach so! Bin nicht Christian! Okay! Ach, hat er... Hä? Ich verstehe es nicht! Aber okay! Aber bist du im Untergewicht? Hä? Oh mein Gott! Ich wollte ihn umarmen, aber... Oh mein Gott! Danke! Dankeschön für den Bären! Oh mein Gott! Wie süß! Also Leute! Ja, ich glaube... Also ich bin im Untergewicht! Aber ich kann nicht dafür! Mein Stoffwechsel ist einfach so, wie er ist! Ich bin nicht da genug! Okay, Leute! Hallöchen! Hallo! Leute, Valerie ist so... Ich dachte, das wäre mir egal. Hallo! Oh mein Gott, Leute! Süß! Danke! Danke, danke für diesen coolen Lippenstift! Leute, Christian hat mich geprankt. Oder er ist mein verschuldeter Vater. Ich muss stop... Hä? Was? Hä, was? Hä, was? Leute, was passiert hier? Was passiert hier? Jemand hängt mich, ich schwöre. Hä? Leute, ich zeig euch jetzt. Oh mein Gott, jemand hängt mich. Jetzt kommt's. Wollt ihr sehen? Seht ihr das? Oder sehe nur ich das? Nee. Hä, das kommt die ganze Zeit! Leute, jemand hängt mich! Oh mein Spaß! Wer ist das? Oder sehe nur ich das? Warte, wer hat... Siehst nur du? Da steht aber irgendwas. Soll ich's aufhören? Ja. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Hä?